Das heißt, wenn ich den Poti gut in der Hand halte, kann nichts mehr passieren. Scheiße. Alle mal aus dem Weg. Du musst das irgendwie gerade halten, mit den Füßen das Ding oder so. Oh, hier ist eine Tür. Moment. Die Spahn steigt. Explosion. Jetzt hat es keiner gesehen. Die 5 Meter. Hier ist keiner mit abgerissen. Hier ist eine Tür. Hier ist ein bisschen. Hier ist eine Tür. Hier ist ein bisschen. Das ist schon ein Rückkehrsgang. Warte, komm mal ab! Kronch! Der erste Dokumentierte Unfall. Das war halt der Ende vorliegen, die Tür leider. Das war's nicht, Loda. Das war's nicht, Loda. Oh mein Gott. Das war's nicht, Loda. Das war's nicht. Ich meine, Loda. Das war's nicht, Loda. Das war's nicht. Vielen Dank.